Jo Leute und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Wir waren stehen geblieben bei Mission Nr. 11, die verlorene Reliquie. Akantos, Ajax und Chiron tauchen aus der Unterwelt auf und finden sich in einem anderen Teil der Welt wieder. Bevor sie jedoch ihre Orientierung wiedererlangen können, müssen sie Amandra helfen, das Schwert des Wächters Eiers zu graben. Okay, wir sind gerade aus dem Hades zurück und jetzt anscheinend in Ägypten. Heißt, wir wechseln die Fraktionen. Gehen wir mal rein. Ihr habt also keine Ahnung, wo wir sind. Admiral? Was tut ihr hier? Wir haben uns verirrt. Und Pech habt ihr auch noch. Ich bin Amandra. Haltet eure Männer bereit, wir müssen dieses Gebiet verteidigen. Verteidigen gegen was? Diese Oase birgt noch andere Schätze außer Wasser. Ein Reliquie liegt hier vergraben und meine Feinde sind unterwegs, sie mir zu stehlen. Was haben wir damit zu schaffen? Seht euch um. Diese Schluchten sind die einzigen Zugänge zu dieser Oase. Benutzt sie und ihr lauft den Anhänger von Seth in die Arme. Entweder ihr sterbt dort oder ihr kämpft mit mir hier. Na wunderbar. Aus der einen Hölle raus, direkt rein in die nächste. Okidoki. Erstmal Überblick verschaffen. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt ein paar neue Einheiten. Wir spielen jetzt die Ägypter. Wir haben Verschleuderkämpfer. Natürlich die guten alten Helden. Ein paar Obliten haben wir auch noch dabei. Ihr seid hier fleißig am Ausgraben. Sehr gut. Der Priester. Ich weiß gar nicht. Es gab irgendwie auch noch einen Pharao, der die Gebäude verstärken konnte. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Die Ägypter spiele ich so selten. Ich spiele meistens immer Griechen. Ok, hier oben ist offen. Heißt, da müssen wir auf jeden Fall verteidigen. Ich schicke mal gleich die Truppen hin. Okay, haben wir irgendwie schon ein Ausbildungsgebäude? Hier haben wir einen Marktplatz. Ansonsten nicht, ne? Haben wir überhaupt ein Dorfzentrum? Ne, wir haben kein Dorfzentrum. Ich brauche auf jeden Fall Kasernen. Ach, jetzt kommen die hier hinten. Wollt ihr mich verarschen? Rüber da! Na dann mal los, Fernkämpfer. Angriff. Schirau und Baller rüber da! Ähm. Bist du da jetzt rüber gesprungen? Ernsthaft? Du kommst jetzt nicht wieder zurück. Was ist denn mit ihr? Okay. Können wir ein Dorfzentrum bauen? Ich bräuchte wirklich ein Dorfzentrum eigentlich. Na gut. Aber Kaserne machen wir jetzt mal. Zwei Stück an der Zahl. Die sind jetzt auf einmal her. Können die da oben auch kommen? Warte mal, jetzt muss ich da erstmal... ...sinn aufteilen, die die Truppen. Ihr bleibt hier. In which... Jetzt kommen sie eh da hinten. Los, zimmert mal ein bisschen schneller. In which... Warum bist du so langsam? Du hast den Körper eines Pferdes. Okay, Schleuderkämpfer verbessere ich gleich mal. Und dann holen wir uns... Was holen wir denn? Achskämpfer. Achskämpfer klingt gut. Sie sind fast durchgebrochen. Nicht gut. Äh, hallo? Weck mit euch, los. Amanra, du schaffst das. Ich hab vollstes Vertrauen. Jawohl, mit dem Turm zusammen. Easy. Enito, Greik. Du bist hier. Etimus. Sie truppen wirklich mal besser verteilen. Aber die kommen auch die ganze Zeit von hier oben. Ich muss hier mal was postieren. In a chair. An which... Greik. Are you fair? Na, jetzt hat man auch wieder keine Nahkämpfer. Aber ich hab ja zum Glück vorproduziert. Drück, zurück, zurück. Lauft! Lauft, ihr Trottel! Okay, und jetzt draufballern. Ich kann die leider nicht weiter upgraden ohne Dorfzentrum. Er wird schon irgendwie gehen. Okay, äh, ne Schmiede wär ganz gut. An which... ...in Yawin. Into you. Into you. Into you. Into you. En which... U-E-F. Können wir vielleicht da noch ein paar weitere Upgrades machen? Die Reliquie kommt zum Vorschein. Okay, ist nur für Sperrkämpfer. Kannst du es hier irgendwie beschleunigen? Ich glaube, das war ein anderer. Das war ein Pharao. Ich weiß gar nicht, war das überhaupt in dem Spiel hier? Ich weiß, irgendwo gab es mal sowas. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob das hier war. Ein paar Upgrades hier. So geht das nicht weiter. Into you. Sie reißen ein, unsere Welle ein. Sie reißen ein, unsere Welle? Oh Gott, mit Katapulten jetzt sogar. Okay. Los Leute, ein bisschen Bewegung. Prost, steig mal. Sie haben eine unserer Welle durchbrochen. Into you. Ihr Atch. Und die machen ja wirklich kaum Damage. Okay, ihr kümmert euch um die Katapulte. Was denkst du, mach ich hier die ganze Zeit? Oh, hallo. Nein, 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 nein. Lauft, läuft, läuft. Alle mal zurück. Haltet sie auf. Lauft, Dorfbewohner. Lauft, läuft, hier rum. Nein, lauf. Ah, verdammt. Er hätte es schaffen können. Das sollte nicht sein. Einfach wegauern, den Jungen. Er hätte es machen können. U, I, R. E, R, R. Eddie, Wut. Wer ist der Mann? In T, I, R, R. Lass die Dorfbewohner in Ruhe. Haben wir eigentlich verloren, wenn wir alle Dorfbewohner verlieren? Wahrscheinlich, ne? Eddie, das ist du. Sollte vielleicht ein bisschen besser aufpassen. Wo haben wir jetzt überhaupt noch Top-Bewohner? Sind kaum noch welche übrig, ne? Hier sind noch die, die Nahrung sammeln. Holz haben wir jetzt halt gar keine mehr. Ich würde sagen, dann ziehe ich hier mal einen ab. Jetzt müssen wir hier die Ausgrabungsstätte mal ein bisschen voranbringen, ey! Jetzt aber wir rennen die einfach an meinen Leuten vorbei, ey, was? Schluss damit! Okay, jetzt sind auch gleich keine Tiere mehr. Da holt man auch den Rest aus dem Zebra raus. Die haben die mir einfach die Kaserne kaputt gemacht. Okay, ich pumpe nochmal so viel raus, wie geht. Fernkämpfer nehmen wir auch noch. Gehreng, U-I-R-E-R In a direk Bist du, wir schon am Cap? Dann mach ich mal ein paar Häuser. U-I-R-E-R U-I-R You need to Gehreng, 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 Die werden aber relativ schnell platt gemacht hier. Dafür, dass sie eigentlich so übelst tanky sind, die Viecher. Da bin ich mal gespannt, wie die Viecher jetzt bei Retold aussehen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich's mir holen soll. Ich weiß es nicht. Es gibt ja immer noch die Typen-Kampagne. Die könnten wir theoretisch auch im Remaster dann zocken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die Waffenkammer bringt mir jetzt halt gar nichts mehr. Ich habe die Karte noch nicht ganz erkundet. Ich könnte mal gucken. Ich glaube, in der Mission soll man einfach kein Dorfzentrum haben. Sind die hier scharf auf meine Soldaten? Ich habe tatsächlich auch gar nicht mehr so viele. Ihr müsstet jetzt mal ein bisschen Hinne machen hier mit dem Produzieren. Ich lasse die mal lieber hier, ehe ich noch mehr Dorfbewohner verliere. Du kannst mir mal ein bisschen scouten hier. Waren hier unten nicht gerade auch welche? Hier kam doch gerade das Angriffssymbol. Aber vielleicht waren das die Katapulte. Hier hinten ist bloß noch ein bisschen Gold. Aber nichts für ein Dorfzentrum. Also kommen wir nicht. Äh, wir bräuchten noch mehr Gold. Mit Nahrung sieht man schwierig aus, ne? Ich glaub, hier hinten waren noch ein paar Zebras. Ja, hier könnte ich mir ein bisschen was holen. Ich glaub, ich nehm einfach mal ein paar Doppelwunder dafür. Hier holt mir noch mal ein bisschen Gold dran, dass wir wenigstens ein bisschen produzieren können. Komplett ohne wird das hier, glaub ich, ein bisschen schwierig auf Dauer. Aber ich mein, gut, die sind schon fast fertig. Trotzdem, ein bisschen Verstärkung würde ich nehmen. Was war das hier nochmal? Ach, schnelleres Gold. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Oh, der ist. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. inwäsch och sire gerag inwäsch gerag 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 inwäsch gerag 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 Waren da nicht nur Nahkämpfer mit dabei? Anscheinend nicht. Alter, seid ihr langsam? Was ist mit euch los? Auf einmal alle zu Rentnern geworden. Wo sind die hier geblieben? Was sagt die Ausgrabung? Gleich fette ich. Ich glaube, jetzt ziehe ich die anderen einfach mal wieder mit dazu. Oh Gott. Nicht gut, nicht gut. Weg, weg, weg. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Wenn alle mit anpacken, sollte das hier schnell gehen. Ine can's fette. Ine can's fette. Ine can's fette. Gerti will. Entschuldigung! Entschuldigung! Geht los! Nein! Entschuldigung! Okay, hier kommt einfach mal ein direkter Übergang in die nächste Mission. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Für die Folge soll's das nämlich gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit am Start, wenn's dann endlich mit den Ägyptern so richtig losgeht. Bis dahin! Bye-bye!